Abend. Liebe Konsumentinnen und Mänten, mein Name ist Thorsten Sträter, wie Sie wahrscheinlich schon an meiner schwarzen Wohlmütze erkannt haben. Kommen wir jetzt zu meiner ersten Gästin. Sie hat Sie alle schon zum Lachen gebracht, da war ich noch Herrenausstatter im C&A in Bottrop-Bartenbrock. Sie hat ihrem Namen viele lustige Sendungen zu verdanken, wie, sei mir nicht böse, komm mir nicht böse, guck nicht so böse. Und hier ist sie, die einzigartige Mirja Bös.